jetzt gibt es zwei trade ups einmal habe ich fange mal einfach mal frech an ich habe die usps darkwater gekauft in minimalware zehnmal bin ungefähr bei 86 87 88 euro und hoffe auf die case harter net in factory new factory new star trek genau 100 prozent blau auf jeden fall und ich hoffe dass ich nicht diese hypnotik bekommen die würde ich zwar spielen und es war auch gut und schön aber die wird halt vom preis auf jeden fall rein klacken da würde ich auf jeden fall mal mindestens wahrscheinlich 40 50 euro wenn es noch gut läuft kaputt machen in den sand setzen ja mann die würde ich zwar spielen aber wie gesagt case harter net muss sein die hast du mir eingetan mike was machst du für ein trade up welche kiste der kreis auch zeigen ich mache hans mann auf jeden fall hans mann ja kein teurer trade up er einer einer der etwas ja neueren trade ups die habe ich auch schon mal gemacht und welche waffen hast du gekauft ich habe mir gekauft die 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 ist gar 20 x du machst nur noch ein stadt weg also normal ja genau wie flachst du gezahlt habe 25 euro bezahlt insgesamt okay und du hoffst auf die desert strike genau das wäre nämlich das wäre nämlich nicht gut und schön das wäre nämlich ziemlich scheiße und von dem her hätte ich gerne die vulkan die vulkan infektion wäre halt schon mega welche zustände hast du gekauft alles mit dem wer alles mit dem alle du kriegst auf jeden fall dann die factory man ich weiß es und dann wohl kein ist halt natürlich mega geil ist dann auch noch ultra viel wert hatte ich ja schon mal gemacht da habe ich sie auch bekommen ja bei der desert strike die geht halt höchstens bis fünf euro die würde ich auch nicht spielen weil ich habe ja aber die hol wird es dann weg geben und die das natürlich glaube ich kriegselle markt für fünf euro anbieten dann ja das ist normal so okay dann lass uns mal ich will nicht ich habe echt keinen bock man doch ich mache jetzt machen es jetzt auch ich will die scheiß case habe nennt man das mit trader contract da weiter und dann hier noch das ja das ist jetzt nicht ganz so schön aus ich weiß nicht ob ich es einfach mal nicht ausgauern soll sondern einfach nur so einrahmen soll weiß wie ich meine ich habe es ausgegraut und ein herzen und auf jeden fall factory nur hin also fn hin machen dann wäre das das habe ich nicht gemacht machen nur das herz das herz reicht bei mir schon also daumen drücken alle daumen drücken case habe nennt geben sonst klatsch ich den weg mann kein bock mehr auf den vogel mann und klatsch ich weg sagte okay ich wäre bereit ich nicht bin ich bereit ich bin physikalisch und okay fünft oh gott hier lol guck mal was links oben steht castle shipping wir umgehen den zoll steht da links oben flying over the red tape was bei mir steht ja egal egal lenkt nicht ab du willst gerade unterziehen nein wollte ok 321 vertrag absetzen so schnell auf einmal mann also ich muss echt die daumen drücken man kann endlich welche raste auswenden es brennt es brennt ist kein gutes zeichen man kommt bitte 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 fuck man desert eagle hypnotic fuck off trecks fuck pisse ja wenigstens in factory new aber zum glück ist ja in factory nur weniger wert als minimalware ja genau das wussten die deswegen haben wir sagen fuck off man ja ich hatte auch kein glück ich will gar nicht den preis alter den preis gerade angeguckt alter jetzt kommen das grobe kotzen mann ok alter richtig rein gekackt man ein quatsch ja ne nö gell ich habe jetzt nur warte ich habe nur warte lass mich rechnen 70 euro kaputt gemacht das lang nicht mal fuck off man ich hätte so gern die scheiß habe nicht gehabt man ja ja ich werde noch auf jeden fall glaube ich noch mal machen also gut dann hätte ich dann muss ich effekte mir rauskriegen ja aber erst nächsten monat da haben wir auf man heute ist der wievielte der 24 24 ja ok der nächste monat ist wirklich mehr lang ich bin nämlich auch heiß auf die case haben also die kackte richtig rein mann nein die ist mega geil ja natürlich aber die deshalb im vergleich und er hätte wenigstens minimal wäre sein können dann hätte ich noch wenigstens nicht so viel geld kaputt gemacht ja ja vielen dank fürs zuschauen auf jeden fall drückt uns einen daumen hoch rein als trost pflaster also was ist das man das ist 1 2 für pijamas lol wie steht es 1 2 für laura pijamas